Setzen Sie ein, Präpositionen. Wo ist? An Ort und Stelle. In der Mitte. Am Computer. Im Radio. An der Ecke oder in der Ecke. In oder an der Reihe. In der Hand. Auf der Landkarte. Auf dem Stuhl. Im oder auf dem Land. Im Krankenhaus. Auf dem Boden. In einer Reihe. Auf dem Bildschirm. Auf oder an der Autobahn. Am Telefon. An der Decke. Am Himmel. Auf der Straße. Am Anfang. Auf der Seite. Am Flughafen. Am Strand. In der U-Bahn. Bei Freunden. Bei Freunden. An der Küste. Auf dem Fußweg. Auf dem Fußweg. Im Flugzeug. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Setzen Sie ein. Grammatikmix. Ich lese. Ich lese am Wochenende. Ich denke darüber nach. Wann rufst du an? Wann rufst du an? Wir gehen ins oder zum Restaurant. Sie wartet auf den Zug. Wessen Auto ist das? Sie liest einen Text. Er kennt ihn, sie nicht. Hier kann natürlich auch jedes andere Akkusativpronomen stehen. Er liest etwas im Internet. Er studiert. Er studiert in Berlin. Sie bittet um Hilfe. Er sitzt am Tisch. Das Bild hängt an der Wand. Sie fragen danach. Ich gebe mir Mühe. Sie gehen ins Kino. Du hilfst mir. Lena kommt aus Moskau. Ich gebe es ihm zurück. Unter der Woche arbeite ich. Hätten Sie kurz Zeit? Wem gehört das? Er gab das Geld aus. Er fährt nach Essen. Hier kann man auch zum einsetzen, je nachdem was Essen bedeutet. Er sieht sie. Sie studiert auf, an oder in der Uni. Worum geht es? Du hast dich verbessert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann! Hallo! In diesem Video sehen wir uns die Verben Sitzen und Setzen etwas genauer an. Zuerst die Sätze. Sie sitzt auf ... Stuhl. Sie setzte sich auf ... Stuhl. Sie saß auf ... Stuhl. Setz ... hin ... nicht auf ... Sofa, sondern auf ... Stuhl. Jetzt die Möglichkeiten, die wir einsetzen können. A. Dich. B. Die. C. Das. D. Den. Und E. Dem. Setzen wir ein. Sie sitzt auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Dativ wo auf dem Stuhl. Sie setzte sich auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Wohin? Akkusativ auf den Stuhl. Sie saß auf dem Stuhl. Wo? Dativ auf dem Stuhl. Sie setzte den Hund ... Akkusativ ... auf den Stuhl. Wohin? Akkusativ. Sie setzte den Hund auf den Stuhl. Setz dich hin ... sich hinsetzen. Das ist ein reflexives Verb. Setz dich hin. Akkusativ. nicht auf das Sofa, Akkusativ, wohin, auf das Sofa, sondern auf den Stuhl, wohin, auf den Stuhl, Akkusativ. Und jetzt noch einmal. Sie sitzt auf dem Stuhl. Sie setzte sich auf den Stuhl. Sie saß auf dem Stuhl. Sie setzt den Hund auf den Stuhl. Setz dich hin, nicht auf das Sofa, sondern auf den Stuhl. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal ganz kurz. Wo, Dativ, dem, der, dem, den. Wohin, Akkusativ. Den, die, das, die. Das gilt für Wechselpräpositionen. Das gilt für Wechselprävention. Vielen Dank. Vielen Dank. Er ... nach Spanien geflogen. Sie ... das Flugzeug geflogen. Der Chauffeur ... den Star abgeholt. Er ... abgeholt. Er ... ihn nach Hause gefahren. Er ... nicht selbst gefahren. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Hat, B. Ist und C. Wurde. Setzen wir ein. Er ... ist nach Spanien geflogen. Das heißt, er war ein Passagier. Sie ... hat das Flugzeug geflogen. Das heißt, sie ist eine Pilotin. Der Chauffeur ... hat den Star abgeholt. Perfekt. Er ... wurde abgeholt. Das ist Präteritum Passiv. Er ... hat ihn nach Hause gefahren. Das heißt, er ... ist ein Chauffeur. Er ... ist nicht selbst gefahren. Das heißt, hier ... ist er ein Passagier. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Er ... ist nach Spanien geflogen. Sie ... hat das Flugzeug geflogen. Der Chauffeur ... hat den Star abgeholt. Er ... wurde abgeholt. Er ... hat ihn nach Hause gefahren. Er ... ist nicht selbst gefahren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. ... Vielen Dank. Setzen Sie ein. Er geht in, an, auf, nach, zu und so weiter. An den Strand In den Supermarkt oder zum Supermarkt Zu Anna Zu uns Ins Zentrum Ins Haus oder zum Haus An den Fluss Zu Nina In einen Park Aufs Land oder in ein Land Aufs Land Das ist das Land, nicht die Stadt In ein Land, die Nation Weg Ins Auto oder zum Auto Auf den Platz oder über den Platz Über den Platz heißt überqueren In den Bahnhof Oder an den Bahnhof Ins Bett Zu einer Freundin Ins Büro An die Tankstelle In den Laden Auf eine Reise Nach Griechenland Auf den Heimweg An den Eingang An den Eingang Oder zum Eingang Zum Roller Zum Roller Nach hinten In den Eingang Ins Klassenzimmer Ins Klassenzimmer Ans Ende oder zum Ende Dazu Ich hoffe Das Video hat euch gefallen Dann gebt mir ein Like Und teilt es Bis dann Ciao Setzen Sie ein Er geht In An Auf Nach Zu Und so weiter Auf den Platz Oder über den Platz Ans Meer Oder natürlich auch Zum und ins Meer In den Bus Ins Kino In die Mitte Nach Hause Auf die Straße Oder über die Straße Heim An einen Ort Zu ihnen Los Ins Flugzeug Auf den Sitz In den Hof Oder an den Hof An den Bahnhof Oder zum Bahnhof An die Haltestelle Ins Büro Auf die Baustelle In den Supermarkt Oder zum Supermarkt In den Urlaub Nach Spanien Auf den Weg An den Ausgang Oder zum Ausgang Ins Auto Oder zum Auto Nach draußen In die Schule An die Schule Oder zur Schule An den Anfang Oder zum Anfang Wieder Ich hoffe das Video hat euch gefallen Dann gebt mir ein Like und teilt es Bis dann Ciao Setzen Sie ein Präpositionen und Artikel Wo oder wohin Er sitzt im Zug Er steigt in den Zug Er ist im Bad Er geht ins Bad Er ist auf dem Boden Er setzt sich auf den Boden Er sitzt auf dem Tisch Er setzt sich auf den Tisch Er kocht in der Toilette Er kommt in die Toilette Er kommt in die Toilette Er arbeitet im Schrank Er kommt in den Schrank Er ist in der Sauna Er ist in der Sauna Er geht in die Sauna Er ist in der Hütte Er fährt in die Hütte Er liest auf dem Klo Er liest auf dem Klo Er kommt vom Klo Er sitzt auf dem Sessel Er setzt sich auf den Sessel Er setzt sich auf den Sessel Er liegt auf der Matte Sie legt sich auf die Matte Er arbeitet in einem Labor Sie geht in ein Labor Er sitzt an der Arbeit Sie macht sich an die Arbeit Er ist in der Tram Sie steigt in die Tram Achtung, einige Sätze waren Unsinn Welche waren das? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Dann gebt mir ein Like und teilt es Bis dann, ciao! Setzen Sie ein Wo oder wohin? Er geht nach oben Sie ist oben Er geht nach Hause Sie ist zu Hause Er ist bei ihr Sie geht zu ihm Er sitzt im Bus Sie steigt in den Bus Sie steigt in den Bus Er geht auf die Straße Sie ist draußen Sie ist draußen Sie ist draußen Er ist schon weg. Sie fliegt zu ihm. Er fliegt in den Urlaub. Sie ist im Urlaub. Er fährt mit einem Boot. Sie ist auf einem Boot. Er ist am Meer. Sie fährt ans Meer. Er sitzt am Strand. Sie legt sich an den Strand. Er wandert in den Bergen. Sie fährt nicht in die Berge. Er setzt sich in die Sonne. Sie sitzt in der Sonne. Er kommt rein. Sie ist innen. Sie ist innen. Er sitzt im Wohnzimmer. Sie geht ins Wohnzimmer. Er ist im Bad. Sie geht ins Bad. Er ist auf dem Balkon. Sie geht auf den Balkon. Er sitzt auf dem Sofa. Sie setzt sich auf das Sofa. Er kocht in der Küche. Er kocht in der Küche. Er arbeitet im Büro. Er arbeitet im Büro. Er ist im Garten. Er ist im Garten. Er ist im Garten. Sie geht in den Garten. Er ist im Garten. Er ist in der Garage. Sie fährt in die Garage. Er liest im Schlafzimmer. Er liest im Schlafzimmer. Sie kommt ins Schlafzimmer. Er sitzt auf dem Stuhl. Sie setzt sich auf den Stuhl. Er liegt am Pool. Sie legt sich an den Pool. Er arbeitet im Keller. Er arbeitet im Keller. Sie geht in den Keller. Er sitzt am Tisch. Sie setzt sich an den Tisch. Sie setzt sich an den Tisch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Kilometer lang. Sie sieht ihm ähnlich. Er gab es ihnen zurück. Mich interessiert das nicht. Sie erinnerte sich an ihn. Er drohte ihnen. Das trifft nicht auf ihn zu. Ihnen war es egal. Sie sah ihn lange an. Ihnen gegenüber äußerte er sich. Sie ist für ihn zuständig. Es ist nicht für sie geeignet. Es war ihnen gelungen. Er dankte ihnen für die Hilfe. Er ist fünf Jahre alt. Sie waren mir sehr behilflich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Ich bin in Spanien. Ich fahre nach Spanien. Ich bin im Sudan. Ich fliege in den Sudan. Ich bin in der Türkei. Ich reise in die Türkei. Ich bin in Äthiopien. Ich fahre nach Äthiopien. Ich bin im Irak. Ich fliege in den Irak. Ich bin in der Schweiz. Ich reise in die Schweiz. Ich reise in die Schweiz. Ich ziehe in die Niederlande. Ich fahre nach Togo. Ich fahre nach Togo. Ich lebe in Togo Ich bin in Berlin Ich fahre nach Berlin Ich bin im Senegal Ich fliege in den Senegal Ich bin in der Slowakei Ich reise in die Slowakei Ich ziehe nach Australien Ich lebe in Australien Ich fahre nach China Ich lebe in China Ich ziehe in die USA Ich bin in den USA Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich bin in den USA Ich bin in den USA Ich bin in den USA Ich bin in die USA Ich bli disorderlich Untertitelung des ZDF, 2020